Ja! Sind wir schon live? Okay! Herzlich willkommen aus dem City Aktiv! Live Training mit Tanja und Alicia! Hallo, es ist wieder Dienstag, 18.30 Uhr! Wir freuen uns auf euch! Es ist ja wirklich so, ich freue mich da wirklich! Schreibt doch mal in die Kommentare, damit ich sehe, wer da ist! Oh, kann ich das leise? Soll ich mich sprechen? Oh Gott, oh Gott, das ist ja furchtbar! Stefan, Vollgas! Vier! Maribel ist dabei, Susanne ist dabei, Mario und wer nicht? Oh, schön! Es ist zwar schade, dass ihr, ihr Klaus, Servus, dass ihr mit mir oder mit uns entreden könnt, aber das ist zumindest super komisch, finde ich, oder? Es ist mir ganz wichtig, damit die Stimme passt und die Musik okay? Also, ich habe jetzt schon mal so eine Intro-Musik eingestellt. Ich wollte eigentlich mit euch wieder so 60-30 machen, aber das ist dann so ein Beepen im Hintergrund. Ich habe das gerade ein bisschen so runtergeladen und das muss ich noch optimieren, weil dann verschleicht die Musik immer so ein bisschen. Von dem her müsst ihr immer so lange die Übung machen, bis ich komme. Okay, habt ihr irgendwelche Wünsche? Vollgas natürlich, muss ich auch mal lesen. Monika ist auch dabei, Kerstin Holger, sehr schön. Funder, schreibt alle rein, damit ich weiß, dass ihr da seid, weil ich kenne genau ihre schlechten Sternen. Kann ich darauf aufmerksam machen? Boah, ihr habt voll die großen Kurfürer. Wir haben jetzt zwei Jungs, Felix und Felix. Die haben vorhin schon aus wie die Mario Fünsche. Okay, der Felix hat gesagt, ich durfte überziehen. Lisa, was ist mit der Schuhe? Passt das? Oh, Andrea, Lisa ist auch dabei, das ist schön. Werden wir dann benodet? Ja. Aber ich sehe euch ja leider nicht. Ich hoffe, das Sofa ist ganz weit weg. Ihr braucht heute leider nur Handeln oder Wasserflaschen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Die Putzlappen habe ich fast ein wenig vergessen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin die Kitzleit, aber dafür kriegt ihr extra Video. Okay, so, wie schaut es aus? Wir können echt loslegen, es sind schon viele da, oder? Was meint ihr? Was meinen die Chefs im Hintergrund? Es ist schon voll richtig los, ne? Okay, so, können wir loslegen? Also, ihr sollt natürlich nicht schreien, während ihr trainiert. Sonst fällt es auf. Nein, Quatsch, ihr lasst natürlich euren Assistenten schreien. So, okay. Für die, die noch dazugekommen sind, Lisa, die wünschen mir viel Spaß beim Training. Versucht in den 60 Minuten, die es wirklich sind, mindestens halb alles zu geben, okay? Versucht, die Live-Trainings immer mitzumachen. Ihr kriegt jetzt immer mehr, jeden Tag. Damit ihr einfach eure festen Zeiten habt. Das ist auch so, wenn ihr merkt, dass sie dann mitmachen, okay? Los, 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 Klaus. Der Holger, der schadet bestimmt da schon mit denen. Okay, passt, ne? Ich zieh mich aus, wir machen uns wahr. So, ihr kriegt die richtige Musik von mir, denn dieses Langsame. So, Lautstärke. Okay. So, ich hab voll Bock. Marschir, und links. So. Marschir, ganz locker, ohne Stress. Wir machen uns erst warm. Dann machen wir uns total heiß. Okay, komm, marschieren. Auf links, links. Make me crazy. Ganz entspannt. Das kennt ihr schon. Marschieren. Das ist nichts Neues. Schulter nach hinten, plus laut. Sei stolz. Atmen. Und aus. Komm. Wenn dein Ton nicht passt, die Musik zu laut ist oder zu leise. Dann schreiten sie mal ganz gut. Oder du bist ne? Okay? Genau. Wenn du losst, dann bist du nicht. Hier. Okay? Cut. Portray. Ey. Egal wie mir das tut. Zit vorne im Mixer. Tipp. Arme. Tipp. 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 Spitze. Setz auf. We face you. Komm. Komm. Habt ihr vermisst, ne? Komm. Fußspitze. Noch vier. Drei. Erste. Jetzt. Komm. Ob er es tief. Arsch. Komm. Zieh die Fußspitze an. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Fünf. Drei. Zwei. Tipps. Letz. Komm. Tipps. Komm. 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 Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Step touch. Step. Arme. Zieh die Ellenbogen nach hinten. Komm, komm, komm. Mehr. Ja. Bauch fest. Schöne. Ja. Hup. 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 Ihr legt mal. Arme vorne kreuzeln. Komm, komm, komm. Zieh die Ferse zum Po. Komm. Fest. Achtung. Scheiß. Hup. Zieh. Achtung. Knie nach oben. Arme. Zieh tief. Knie nach oben. Arme. Sieben. 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 Ihr seid dran. Vier. Wir sind unsere Jungs. Jawohl. Okay. Side to Side. Ganz locker ran. Deine Arme nach vorne. Wir machen alles dran. Dann müssen wir den Platz wieder haben. Und dann machen wir den Platz wieder Schmierig. Vier, drei, lecker, Arme, kreuzig. Sieh, 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 sieh. Und dann gehen wir schon raus. Schließ die Beine. Vier, nach vorne, hat man schon. Tipp, Tipp, Tipp. Muscht ein bisschen aufsetzen, ganz illegal, oder? Komm, vier, drei, zwei, Ferse. Tief. Sieh. Das ist euer Job. Kick nochmal in vorne. 4, 3, 2, kick nach vorne. Hast du viel Platz? Wenn ich das müsste, würde ich platzieren. Okay, ich bin ein Thai-Impact. Young. Ist egal, was man macht. Habt ihr nicht bewegt. Und wir bringen mal zurück. 5, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2, Mach weiter. Kick side. Arme. Und die Arme fest. Spann deinen Dizeps an. Oh mein. Wo ist er? Weg. Komm. Kick side. Ist egal. Wir sind gerade im gleichen Boot. Komm. Wir halten durch. Komm, komm. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl zu Hause hier. Und. Und. Was soll ich euch was sagen? Es ist dunkel draußen. Ihr wisst Bescheid, oder? Arme. 1, 2, 1. Arme. Und. Und. Beine. Wir sind hier im Jogging. Arme hoch. Arme hoch. Arme hoch. Arme hoch. Arme hoch. Arme hoch. Ja. Die Füße auf. Komm, komm, komm. Hünft. Wie well. Sechs. Sonst mehr. Hier. Bein. Zwei. Du bau uns den Platz. Alles fest. 4 1 2 Snip Touch nach links 1 Leck mal Arme 19 vorne Zieh 1 2 2 1 Zieh Du musst aufpassen Gib dir um den Pino, leg das Bein Steck Zieh lang Bauch ist fest Corona Das war die falsche 8 7 6 7 Nimm die Arme mit Mehr, mehr, mehr Nochmal Gib dir Step Touch nach rechts Rechts Und rechts Zieh Lecker Arme Zieh, zieh, zieh Hopp, hopp Liste Alle blieb fährt ab Knie auf Jetzt Oh Lange Arme Und man kann man bleiben aufrecht Zieh dein Knie hoch Hopp, hopp, hopp Hat Spaß Hat Spaß 6 5 Was sind meine Jungs mit dir? Rech Repeater, rechts 4 3 Komm, komm Geh schlafen Geh schlafen Zieh Repeater, repeater Bleib dabei Wenn du willst Ein bisschen kreuzeln Oder spielen Wie du willst Komm Wir werden warm Halte es dir? Halte es dir? Ja Komm Wir machen es verkehrt Zieh Noch mehr Komm Und ab Komm Hier Step Charge Let's Komm Und ab 9 4 3 2 Legs und Arme kreuz Vorne Zieh Komm Mehr, mehr, mehr Knie hoch Komm Lange Arme Zieh Knie nach vorne Komm, da geht mehr Zieh raus Komm Komm Okay Mehr Acht Sieben Sechs Fünf Ihr haltet eine Stunde aus dem Restring Hört ihr? Okay Jogging Kommen Sie hoch Wow, das war super, oder? Okay, ich muss schneller machen Ihr bleibt einfach beim Joggen, okay? Bleibt beim Joggen Joggen, Joggen, Joggen Bleib, 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 bleib 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 Hohoho Komm Joggen Ja, guter Dank Hahaha Okay, komm Bleib Schön Arme lang Wenn du nicht kannst Zieh einfach nach hinten, okay? Level eins Level zwei Wie du willst Komm Mehr Do it again Do it again Do it again Die ist so hoch und dann läuft nicht Läuft, lange Arme, komm Bleib bei nach hinten Mehr Da Da Ja Da Töp Da Da Töp Ja Da Ja Da 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 Ja Töp Da Han Das ist die Tanja-Erzählung. Komm, komm, komm. Bisschen lassen bei vier. Vier. Drei. Zwei. Bounce, bounce, bounce. Bounce, bounce, bounce. Die Schulter hängen. Vier, drei, zwei. Step touch, step. Step touch oder Pony. Skater. Okay? Ich mache Variation. Dreimal Skater, ein Kick. Ich zeige es euch. Macht einfach so weiter. Ich sehe euch hier hin. Komm, komm, komm. Nur hin und her, okay? Nur hin und her. Bleib einfach dabei. Okay, schau her. Eins, zwei, drei, Kick. Eins, zwei, drei, Kick. Level eins. Kick. Okay? Drei Step touch, ein Kick. Kick. Eins, zwei, drei, Kick. Tap, tap. Und Kick. Ein Bein ist nie schon in der Luft. Rechts. Links ist in der Luft. Hopp. Kick. Hopp. Yeah. Und dein Ball. Pino. Zu dir nach vorne. Aggression. Oder eben Harmonie. Sucht sich raus. Komm. Leider habt ihr da unterschiedliche Meinungen. Komm. Komm. Wir wollen noch was tun, Leute, oder? Nochmal. Komm. Wir wollen noch was tun. Komm. Geht's noch? Wie viel? Komm. Immer dein Bein höher. Wenn du kickst. Yeah. Schere. Here we go. Yes. Und ein Tipp nach hinten. Okay, jetzt gehen wir mal ab. Komm, komm, komm. Hopp. Voilà. Ja, wir wenden. Lass sie gehen. Tipp nach hinten oder Schere. Wie du willst. Komm, komm, komm. Fest. Komm, komm, komm. Schieb die Nase nach unten. Turn. Do it again. Zwei. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Nochmal. Okay, das war Probe. Jetzt nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Es ist geil, oder? Achtung. Pony. Jetzt. Drei. Zwei. Kick. Kick. Du lässt den Touch. Kick. Mehr. Eins. Zwei. Drei. Komm. Angie, bist du dabei? Komm. Janik. Schön, dass du dich für mich entschieden hast. Komm. Mehr. Komm. Komm. Schöne Böckstelle. Wo ist dein Bein? Bei mir. Hin und her. Mehr. Wo ist dein Arm? Komm. 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 Komm, komm, komm. Chugging. Locker. Ganz entspannt. Alice, wird warm, oder? Das ist gut. Weil dann habe ich jemanden, wo ich weiß, ob es warm wird oder kalt oder zu wenig oder zu viel. Okay? Ganz entspannt. Weil die Männer, die sind älter gestimmt. Komm, ganz entspannt. Bist du bereit? Nächste Runde. Schere. Schere, Schere. Komm. Schere. Arme lang. Okay. Komm. Komm. Sehr cardio-Bodystyling. Wir sind jetzt bei Bodystyling. Radio. Herz-Kreislauf. Komm, trainier rein. Herz. Komm, komm, komm. Der Herzmuskel ist auch ein Muskel, er muss auch trainiert werden. Spazieren ist super, aber es reicht nicht. Komm. Das ist mehr so Harmonie pur. Komm. Arme lang. Schere. Wie schaut's aus? Geht noch was? Gebt mir acht. Sieben. Sechs. Fünf. Ich bin gesprungen. Das ist ein bisschen besser im Kurs. Das ist noch besser im. Acht. Sieben. Sorry, die Jungs haben geschlafen, sonst wären wir schon fertig. Gebt mir. Nochmal. Komm, nie. Eins. Zwei. Kick. Und ein Step-Touch. Komm. Das war zwar nicht die Führung. Komm. Nochmal. Komm. Ja. Kick. Mit deinem Arm ruhig mit. Ja. Komm, komm, komm. Ja. Ganz schön leid, ne? Ich hätte mich gesagt, ich sei. Ja. Komm, komm, komm. Check it. Ja. Ich spüre euch. Ich sehe euer Gesicht. Manchmal gut, manchmal schlecht. Komm, komm, komm. Ganz entspannt. Komm. Hopp. One, up. One, up. One, up. Go, go, go. Fest. One, up. Okay, komm. Meine Schere. Das ziehen wir jetzt durch. Hopp. One, up. Ist die Musik laut genug? Ist die Musik laut genug? Ist die Musik laut genug? Ja. Komm. Oder geht noch was? Komm, komm, komm. Schere, komm. Du bist in den Endspurt. Gib nicht auf. Komm, komm, komm. Gib alles. Nur nicht auf. Ich bin der K absolutamente auf. Kik. 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 Kik! Da, da, da. Kik. Huch. Kik. Kik, kik. Kik, kik. 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 Achtung, joggen, joggen, komm entspann dich, komm, 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 ab, 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 ganz locker, 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 mach weiter, joggen, ich mach wieder schneller, komm, 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 bleib dabei, du kriegst deinen Tempo zurück, komm, 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 mehr, 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 joggen, 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 komm, joggen, 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 komm, joggen, okay, gib mir die Ferse nach vorne, im Wechsel, Hacke, okay, Level 2, wenn du nicht springen möchtest, nur Kick, okay, Ferse, Hacke, zieh tief, komm, So, diesmal bräuchte dir keine Horobaxe reinzuschauen, komm, es wird laufen, komm, 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 sieh, sieh, komm, Hacke, 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 sieben, sechs, fünf, vier, zwei, drei und sechs, schau her, Hacke, schließe, im Wechsel, eine Hand tief, wenn du nicht springen willst, out in, wenn du es auch nicht willst, mach push, komm, drei Levels, und abschließe hin, oder? In, out, in, out, in, in, down, meine Hand tief, gehen nach außen, push with, so, Also, machen wir die Ferse ab, komm, Hand auf, jetzt bitte wieder aufrichten, maximal nach. Rage of motion! Komm! Brauchst du stehen auf die Grenze! Jetzt kriegt das alles nichts! Komm! 4 1 2 3 3 3 4 4 8 7 6 5 2 Jawoll! 5 Achtung! Hacke! Komm! Es ist schlimmer wie hinten! So viel die Pause komplett! Es tut mir leid! Ich habe überlegt, gar nichts zu machen! Komm! 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 2 3 Läuft! Geh raus! Ura! 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 Acht! Ura! 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 8 Acht, acht, sieben, versprochen, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Hacke, low, low impact. So, nach vorne. Merkt ihr schon was, oder? Habt ihr Puls? Komm, schön nach unten. Okay, komm. Beruhig dich. Wie geht's jetzt? Ich schau mir so frisch. Irgendwas war hinverkehrt. Komm. Ich glaube, ich geb mal das Mikro weiter. Komm. Gib mir acht, low. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Tempo. Komm. Hada. Bleiben, bleiben, bleiben. Acht. Sieben, sechs, wunderschöne fünf. So nimmt man die Aufmerksamkeit mit dem Training, oder? Noch acht. Sieben, sieben, sechs, fünf. Vielleicht. Oh. Oh. Ich muss mein Aufmerksamkeit. Aber ich muss mich so vertreiben. Achtung. Öffne, schliesslich jetzt. Öffne. Genau. Genau. Level eins, Level zwei, Level drei. Das ist dein Training. Auch wenn ich anders bin. Aber mach dein Training, okay? Wenn du nicht so pernst, wenn du keine Probleme hast, dann mach einfach, sprüge raus. Okay. Dann wird ich sie tief. Okay, komm, gib mir acht. Acht. Sieben. Sechs. Ich durfte nicht zu schreien. Noch! Führ. Drei. Acht. Bleib aus, denn halt hin. Halt. Ganz klein. Arme nach vorne. Jetzt gehen die Fersen weg. Schulter tief. So. Fersen sind weg. Spann die Arme an. Spann die Waden an. Bleib. Komm. Halt. Achtung. Vier. Drei. Zwei. Geh tief und hoch. Sport. Okay, schaut zu. Wir gehen tief und hoch. Wir nehmen uns im Wechsel eine Ferse weg. Komm. Okay. Lass die Arme vorne. Schulter tief. Zieh die Ferse weg. Komm. Arme. Da braucht's kein anderes Level, oder? Ja, sie könnten es zu weglassen. Aber dann war's das auch schön. Wenn nicht ihr aufs Suche. Quatsch. Bleib da. Komm. Zieh tief. Schön die Schuhe. Komm. Gebühr um acht. Sieben. Sechs. Fünf. 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 Drei. Zwei. Bleib unten. Halb unten. Halb unten. Zwei. Fasten. Halt. Schulter tief. Komm, komm, komm. Bleiben. Komm. Schau, jetzt habt ihr keine Probleme mit Abstand, Lüftung, alles so. Super. Ihr habt Platz ganz vorne. Immer. Was wollt ihr mehr? Wollt ihr mehr? Hach. Bleib nicht zusammen. Was kein Schlimmeres. Komm. Komm. Komm, komm. Ja, warte nicht nur. Ja, warte nicht nur. Ha. Wisst ihr, was gleich Schlimmer ist? Ha, 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 ha. Komm. Komm. Wir trainieren einen Weg mehr, wenn ihr es mal spürt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Nimm deinen linken Arm nach oben. Achtung, tief. Bleiben. Okay, Ferse ab, tief und hoch. Tief, hoch. Stell die Füße gerade, Hüftbreit. Hüft schmal für die Mädels. Komm, tief. Und, kap. Achtung, linker Arm. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und ich zeig's dir. Tief, Level 1. Okay? Einfach deine Hand gegen es ist tief. Ab, tief, wenn du willst. Mit kleinen Shops. Ab, hoch, tief, hoch. Tief, hoch, tief. Wenn dir schwindlig wird, weil ich bitte meinen Klümeindruck nachs, Caro. Deswegen trägst du später mit dem Training an. Dann bleib oben. Geh nicht runter. Okay? Wenn dir schwindlig wird. Zieh. Und ab. Komm. Da sagt sie, sie muss die Kinder ins Bett bringen. Ich hab dich schon durchschaut. Weißt du, dass du das hörst? Eine Stunde versetzt. Komm, zieh. Noch mehr. Bist du noch dabei? Sieben. Sieben. Bist du noch dabei? Und ab. Ja. Sieben. Sechs, fünf, jawohl, gerade noch, Achtung, lass den Arm weg, tief und hoch, tief, hoch, Beine, was könnte diese Sequenz sein, Bauch, Oberkopf, vielleicht da unten, oder, Unterkörper, vielleicht, okay, eine Ferse, wenn du willst, Arme nach vorne, Schultern tief, Seidenrind, Komm, zieh, nimm die Ferse weg, komm, erst mal den Meinen, mach ihn drauf und dann, ist in einer Stunde vorbei, was soll ich sagen, enjoy it, zieh, okay, zwei hast du noch, du bleibst unten, du machst kleine Push, bleibe, Ferse weg, wenn du kannst, wenn du mal, Halleluja, komm, Mario und Schwarz, wer geht, Erfolg, der kommt nicht, der ist schon da, der bleibt, komm, Föste, Hintracht, halte, tief, ich habe eine Bischung aus verschiedenen Zeitzonen, komm, halte, halte, geht was, aber nicht meine Musik, Lisa, Jerusalemer, komm, ist nicht da, in my mind, nicht da, was soll ich sagen, Komm, haltet, ich rede nur so viel, damit du nichts spürst, vom Schmerz, okay, ich denke, ich sage, über die Kamera, komm, spürst du schon was, vielleicht, wenn du was spürst, in die Oberschenkel, in die Adduktoren, in die Waden, oder ähnliches, ist es okay, noch acht, sieben, sechs, hör nicht auf, Was ist das genau, vier, drei, wollt ihr loslassen, ne, okay, marschier, auf links, watch, so, hol ganz schnell die Handeln, marschier, ganz entspannt, bitte, macht keine Klausse, heute nicht, okay, hinterher hast du Zeit, marschier, auf links, step touch, step, Arme, komm, jetzt mal Unterkörper dran, oder? Ja, spürst du was? Bisschen, erkenne die Arme, einfach zur Seite, gib mir Step touch, komm, step, 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 Arme, kreise, kreise, jetzt will es blit, ne, okay, hätten wir ohne Handeln machen sollen, aber es ist nicht lang, step, step, Oberkörper muss auch sein, habt ihr schon Plätze gegessen? Ich schon, von der Mama, von der Monika, okay, komm, übrigens, ihr schaut bei euch viel schlimmer aus, wir sind gar nicht so fett worden, warum auch immer, die Kamera verzehrt total, ne, keine Ahnung, komm, mehr, nach acht, sieben, sechs, fünf, ja, ich war alleine, Achtung, Arme nach oben, halte, Butterfly, lass die Schultern lockern, wenn du Probleme hast, hast du jetzt einen noch größer, Das ist nicht, dann legt die Handeln weg, komm, schließ die Arme, noch mehr, komm, ab, und ab, und ab, und ab, komm, immer schön bewegt, zieh zusammen, Oh, ich spiel schon, wow, komm, und ich muss stark sein, ich schau das aus, wenn der Trainer alles loslässt, komm, schläg mal die Handeln weg, ich muss was trinken, hier nicht, komm, zusammen, schön, lass die Arme, entschuldige, Brustkorb, schließen, komm, schön nach Hause, zieh, und ab, und ab, und ab, oh, wie schaut's aus, Heide, folge ich, nee, dann geh wieder, komm, noch vier, drei, zwei, acht, Neubel, Wenn du nicht mehr kannst, sind die Handen drunter, komm, komm, zieh, komm, die Alicia muss immer das Level drunter machen, das habe ich ihr gesagt, damit auch ihr vernünftig seid, im Zweifelsfall, okay, okay, jetzt drückt es alle ab, Kreisen, die Schultern, habt ihr schon was gespürt, ein bisschen, oder, Biceps Curl, zieh ran, Side to Side, komm, mit Wechseln, hin und her, Biceps Curl, spannen, Schleusen, ein bisschen was, komm, 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 von unten, das geht, komm, komm, Jetzt können wir dann wieder ein wenig schneller drehen, oder? Komm, gehen näher, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, acht, Wasch hier, aus, aus, schließ die Beine, marschier, heben die Füße, links, rechts, links, rechts, links, rechts, okay, hör zu, seht ihr nach vorne, haut ihr ins Bauch, ein bisschen, schau her, vor, 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 Arme mit, okay, so, vor, mach weiter, wir machen halbes Tempo, aha, Achtung, jetzt, vor, 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 jump, jump, rück, 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 oder, gehst nach vorne, und hältst, okay, du gehst nach hinten, und hältst, okay, jetzt geh mal tiefer, jump, jump, tiefer, komm, jetzt bin ich wieder runter, Arme haben Pause, komm, mehr, breit arbeiten, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen nach oben, komm, okay, ihr habt die Pause, ihr habt, dann sind sie mit, vor, jump, hoch, jump, vor, jump, rück, jump, 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 vor, jump, 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 yes, noch mal, mach weiter, lass die Arme weg, vor, jump, 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 rück, komm, jump, mehr, Entschuldigung, natürlich, nochmal, komm, rück, ist ja nicht wie normal, wenn ich euch aufwecken muss, komm, noch mal, vor, jump, jump, rück, komm, mit meinen Nächeln, vor, noch mal, Achtung, geh noch mal nach vorne, bleib da, bleiben, halten, okay, leg die Hand runter, runter, okay, jetzt hör zu, hörst du mir zu, wir gehen jetzt in den Seitstütz nach unten, das heißt, du kniest dich, tief, gehst in den Seitstütz, Ellbogen, Schulter, eine Linie, okay, nimm dein Po nach oben, wenn das nicht geht, du kriegst ein Level, das ist ganz unten, dann arbeite hier, Okay, mit Schulter, etc., wenn ich bleib da, dann schau mal her, mit den Füßen übereinander, wenn du kannst, bring dein Back nach oben, spann deine Seite, die Taille unten an, jetzt hinten mit dem oberen Fuß, schau, vor, rück, vor, rück, wenn du Probleme mit dem Knie hast, mit dem unteren, mach weiter, mach weiter, mach weiter, Und wenn du das gezeigt hast, ich geb dir ein anderes Level, dann leg dein Knie ab, okay, dann spürst du halt nicht so viel in deiner Seite, Zwischen, komm, und ab, halt dich durch, vor, und rück, oder du legst dich ganz ab, jetzt hab ich aber genug Alternativen, oder? Ja, ist was dabei, komm, schön, wichtig ist die Übung durchhalten, nochmal, komm, noch mehr, nach hinten, nach vorne, Okay, jetzt langsam, ne, gib dir Spin, oder? Schnell, 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 wenn du nicht mehr kannst, bring dein Back nach oben, Acht, sieben, sechs, fünf, Du schallst mal die Tür zu dir, Achtung, stopp, bring deine Knie am Boden, okay, bleib da, Ellenbogen nach außen, Knie nach hinten, Schau mal her, nimm deine Füße nach oben, das sind die Frauen, die nicht, die kann jeder, du streckst die Beine aus, Geh auf zwei, komm, tief, und hoch, tief, und hoch, komm, nach unten, und hoch, bring deinen Blick Richtung Matte, okay, oder Boden, Ja, schau nicht zu mir, lass deine Halswirbelsäule gerade, wenn du mehr möchtest, streck die Beine aus, Ellenbogen nach außen, Brustkopf, komm tief, nicht dein Gesicht, komm nach unten, und nach oben, komm tief, und hoch, komm tief, und hoch, nochmal, tief, okay, gib mir Acht, und hoch, easy, Ja, ich glaube, wir sind bei sechs, vielleicht auch fünf, okay, eure Lieblings, ja, und ab, zwei noch, läuft, einmal, bleib unten, komm hoch, Ellenbogen stützt, bleib da, komm, okay, schau her, so bist du, Okay, du hältst jetzt hoch, du schiebst deine Beine, schau mal, dein Po, hoch, und tief, jetzt zieh mal deine Ellenbogen, Schulterbreit, das ist Level eins, spann da die Po-Back an, greif sie zusammen, okay, wenn du mehr willst, schau her, dann streck die Arme mit dabei, Geht tief, und hoch, abliegen, strecken, abliegen, strecken, abliegen, strecken, halte unten, halte, alle, halte, Bauch ist fest, du bist im Leg, bleib, Time Control, Schulter ist locker, Po zusammen, aus, zusammen, halte, komm, okay, beug die Knie, streck die Beine, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, Bauch ist fest, Po zusammen, stopp, halte, Knie nach unten, steh auf, nimm deine Hand, steck die Arme nach oben, Komm, ich schau euch an, beug die Arme, tief, komm, haben wir letzte Woche gemacht, Trizeps, komm, sieh, schön, acht, langsame, sieben, sechs, fünf, lächle, genieße es, komm, die Zeit ist begrenzt, Tempo, nee, es denkt sich ein, hoffentlich ist bald vorbei, komm, mehr, mehr, zieh tief, zieh tief, zieh tief, komm, du kannst auch halbes Tempo machen, Füße, acht, bleib unten, sieben, sechs, fünf, komm, mach weiter, vier mehr, drei, zwei, halbes Tempo auf zwei, tief, Und hoch, nochmal, tief, Garni, ich dusche und trinke, aber die Stimme ist super, oder? Tempo, acht, sieben, sechs, sechs, vier, drei, schwanger, schwanger, Stopp, stopp, halte, Arme hoch, vor, bleib da, Arme tief, lächle, steh auf, marschier, auf links, komm, ist nicht lustig, ne? Okay, Achtung, Tipp, Zeit, Tipp, Tipp, Level eins, komm, 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 wir müssen nochmal Power machen, und dann, gehen wir runter, Bauch muss auch sein, stimmt's? Okay, schau her, du gibst mir ein, Jumping, Check, Check, Knie, Check, Knie, oder Tipp, Seite, Tipp, Knie, okay? Tipp, Knie, Tipp, Knie, Tipp, Knie, Tipp, Knie, Tipp, okay, komm, check, Knie, check, Knie, check, Knie, check, Knie, Ellenbogen zum Gegenknie, immer gleiche Seite, komm, mehr, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, was kommt, andere Seite, check, Knie, check, Knie, check, Knie, check, Knie, oder Tipp, Seite, andere Seite, okay? Okay, komm, komm, gib mir acht, und sieben, sechs, was ist los? Vier, drei, zwei, okay, nur ein Jumping, Check, Knie, komm, oder Tipp, Seite, rechts, links, rechts, 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 komm, 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 hoch, komm, mehr, komm, Gib mir acht, lieber ein schöner SZ, sechs, sechs, vier, drei, zwei, acht, jetzt den Touch, locker, so, jetzt wieder ein bisschen mehr Hinschlauch, Noch 62 Minuten, sagt der Felix, ha, 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 ha 6, 5, 4, 3, 2, wasch hier alles hin. Locker, heb die Füße, geh zu deiner Mathe, komm, bleib, ja wir haben auch Spaß, es tut nicht nur weh, heb die Füße, komm, schön, hopp, hopp, komm, gib mir, 8, 7, 6, dann darfst du runter, aber es wird nichts, komm, nochmal, 4, 3, 2, stopp, leg ordentlich ab, was machen wir jetzt, knietief, okay, leg dich hin, komm, auf die Seite, komm, mach mal ein bisschen chillige Stellung, aber, die hasse ich übrigens, aber ich mag sie für euch, steck mal dein oberes Bein und geuch dein unteres Bein, Fuß ist flex, jetzt geh mal mit deinem Bein, hoch, motiv, die Füße, komm, schön, hopp, das ist noch nicht schlimm, wir haben ja noch 62 Minuten, dann wird es schlimm, zieh hoch, komm, zieh hoch, komm mal, hoch, okay, jetzt bleib mal hoch und mach kleine, kleine, ich frage euch nach 5 Minuten ungefähr, was ihr meint, für was die Sorge ist, komm, mach weiter, so, jetzt zeigt mal eure Schuhe, habt ihr eine an? Ne, oder? Hausschuhe, ich hoffe, ihr habt Andi rumgestockt, jetzt nimm mal deinen Fuß nach vorne, mach ganz kleine Bewegungen, ganz kleine, wenn du Glück hast, spürst du es irgendwann, äh, bin nicht so, ich spürst, komm, die Alicia vertritt euch, die macht mich jetzt aggressiv, ne, die Alicia, komm, da war nicht, ich sitze, ich kann mal an die Anlage gehen, hier nicht, komm, zieh hoch, komm, jetzt geh mal nach hinten, okay, komm, komm, hätten wir jetzt ein Zoom-Meeting, wo ich mal an die Kamera laufe, oder beziehungsweise am da muss man schauen, wie ihr euch ansteht, aber ihr habt ja alle die Kameras rausgekommen, ne, okay, na gut, nach vorne, so, wie schaut's mal aus, wird schon interessant, ab, habt ihr da Alicia was gezahlt, oder? Was immer ja sagt, haha, komm, die nach hinten, komm, über acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, auf eins, ho, ab, ho, ab, ho, ab, Ich weiß nicht, wenn ich die Äpfel nicht spüre, oder? Ich spüre auch mal was. Komm, komm. Mann, ey. Und noch freundlich schau. Hab und nie. Okay, ich zähle noch nicht. Ich auch nicht. Komm, komm. Ich kann nicht mehr. Stopp. Das ist für den Arsch. Dreh durch. Ich hoffe, ihr habt gestern ein bisschen Guggerout gemacht. Kannst du einen Arten wickeln? Du darfst dich ablegen oder so, wie du halt willst. Aber wichtig ist dein Bein. Schreck dein Bein, schieb die Ferse weg. Okay? Das ist vielleicht so ein bisschen Problem. Welche Probleme? Zieh hoch. Komm. Hab gestern, ich wechsel, oder? Es geht mir nicht mehr in das Gleiche. Es geht mir nicht mehr in das Gleiche. Es geht mir nicht mehr in das Gleiche. Komm. Das ist nicht mehr in das Gleiche zu trainieren, du warst zu kurz. Komm, du schieb die Ferse weg. Komm. 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 Kleine. Ganz klein. Komm. Und dann kommt noch ein Baum. Komm nach vorne. Dann muss ich klein aufhören. Es ist wohl glücklich. Komm. Komm. Ihr könnt ihr euch ja die Kids noch auf Längezeiten spüren, ne? Komm. Ganz klein. Kleine. 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 Komm nach hinten. Zieh. 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 Oh komm, Mario. Ist der Schmerz doch. Komm. 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 Anstieg halt euch. Stefan. Janni. Alles geht. Andrea. Wen hab ich noch gelesen? Funda. Dines. Virginia. Lisa. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Wo ist mein Hirn? Jetzt bräuchte ich so ein Ding, wo ich sehe, wer dabei ist. Könnte ich euch anholen. Komm ganz klein. 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 Wir sind alle dabei. Und zieh hoch. Komm zurück. Komm zurück. Mach weiter. Weiter. Und jetzt. Ho. Zieh. Ah. Jetzt brenst du. Das war der Muskel sauer. Das ist gut so. Komm. Ah. Ah. Deines Bauch. Sieben. Sieben. Zehn. Komm. Mach mal nochmal üben. Komm. Mach mal nochmal. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Okay. Zwei. Oh. Stopp. Fiese Moments. Auf den Drücken. Hände an den Kopf. Hoch. Und tief. Komm. Stell die Fersen auf. Das ist das Basic. Okay. Tiefe hoch geht immer. Hände an den Kopf. Ellenblumen nach außen. Atme aus. Ein. Schau diagonal zur Decke. Binnen nach Fuß. Ich mach ein bisschen langsam. Mach zweit. Okay. Weitermachen. Komm. Schön hoch und tief. Komm. Gerade Bauchmuskeln. Geht noch. Komm. Wow. Wir haben super Tempo wieder die ganze Stunde gehabt. So ein Zufall. Komm. Schön hoch und tief. Hoch und tief. Komm. Höch. Genieß es. Geh weiter hoch. Weiter hoch. Weiter hoch. Komm. In der Ruhe liegt die Kraft. Komm. Bäh. Und für acht. Sieben. Sechs. Gib eine hoch. Komm. Spann den ganzen Bauch. Gerade Bauchmuskeln. Nochmal. Mach weiter. Bring die Füße weg. Komm. Komm. Mach leicht mit deinem Vers. Schieb sie Richtung Boden. Komm. Up and down. Down and up. Komm. Schön. Wechseln. Atme gleich ein bisschen. Wenn es zu viel wird, lass eins weg. Entweder den Oberkörper hoch halten. Oder die Füße. Okay. Aber nicht aufgehen. Das ist keine Option. Heute nicht. Komm. Und der Oberkörper. Beine still. Komm. Hoch. Ab. Hoch. Ab. Hoch. Ab. Auf zwei. Halbes Tempo. Hoch. Okay. Jetzt möchte ich, dass du deine Ellenbogen Richtung Knie nimmst und wieder zurückschiebst. Bring die Knie an die Außenseite. Die Ellenbogen. Deine Oberschenkel oder deine Knie. Komm. Heb dein Gesäß langsam mit ab. Oder? Spannend unter den Bauch mit ab. Komm. Zieh. Warn. Und ab. Nein, das ist nicht so langsam die Musik. Ich möchte, dass du keinen Schwung mit nimmst, sondern nur mit Kraft aus dem Bauch. Diese Übung machst. Komm. Gib mir mehr. Zieh ran. Schieb die Beine weiter weg. Zieh ran. Schieb die Beine weiter weg. Zieh ran. Schieb die Beine weiter weg. Achtung. Nur Oberkörper auf eins. Jetzt. Komm hoch. Stell die Füße ab. Entweder du bleibst hier. Oder. Die Alicia macht Basic. Okay. Du versteckst deinen volleren Arm. Legst deinen hinteren Arm. Und greifst den volleren Arm. Legst deinen Kopf ab. Jetzt hast du eine Leitlinie. einen längeren Heben. Das wirst du gleich spüren. Komm. Zieh hoch. Aber atme schön gleich. Komm. Wir sind wirklich im Endspurt. Zieh hoch. Und. Komm. Gib mir drei oben. Eins. Zwei. Drei. Tief. Bleib oben. 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 Ab. Hoch. Ab. Hoch. Hoch. Ab. Lang. 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 Oder du hast die Hände am Kopf. Okay. Mach weiter. Nimm die Hände am Kopf. Jeder. Nochmal. Drei. Zwei. Eins. Single. Für acht. Sieben. Nimm die Füße weg. Streck die Beine nach oben. Gib dein Gesäß. O. Ab. Ich will mit Kraft aus dem Bauch heraus arbeiten. Okay. Gut. Na ja. Was sagt die Zeit? Perfekt. Komm. Sieh. Also für mich. Komm. Sieh hoch. Und hoch. Und hoch. Komm. Schön heben. Gib mir mehr. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Egal was kommt. Du machst weiter. Und hältst gleich dein Gesäß oben in der Luft. Okay. Und zwar jetzt. Gib mir Twist. Dreh dein Becken. Oder mach die Übung vorher weiter. Okay. Jetzt wird's anstrengend. Dreh. Dreh. Ich dreh dabei. Komm. Gib mir vier. Vier. Drei. Zwei. Stopp. Und Oberkörper. Punkt. Und dann. Füße nacheinander. Slow motion. Komm. Gib dein vorderen Fuß. Auf dein Oberschenkel. Zieh dein Knie. Ran. Weg. Komm. Wir können uns keine Pause mehr erlauben. Ja. Zieh ran. Es kommt eh gleich diese komische Muskel. Entspannt heißt es. Komm. Blöd. Ungünstig. Komm. Tja, Lisa ist der Schwarm, oder? Hahaha. Komm. Zieh rein. Nochmal. Okay. Vier. Ist gut, ne? Race to race. Nochmal vier. Überraschungslied. Hahaha. Nochmal. Komm. Okay. Auf eins. Komm hoch und tief. Komm hoch. Beine ab. Wechsel am Bein. Komm. Das ist jetzt wirklich verschuldet. Das ist jetzt wirklich verschuldet. Aber ich habe gedacht, race to race. Am Schluss. Das ist perfekt, oder? Komm. Zieh hoch. Okay. Nimm deinen Fuß weg. Gib mir einen Crunch. Run. Weg. Run. Weg. Run. Weg. Run. Du musst schon halten. Fast. Ich bin die Uhr neben. Haha. Die geht zehn Minuten vor. Für acht. Haha. Sieben. Die Seite haben wir vorhin schon im Stütz gemacht. Komm. Vier noch. Vier. Drei. Heb deinen Arsch. Zwei. Okay. Nur der Oberkörper. Jetzt. Komm hoch. Steck die Beine aus. So. Alles ist entspannt. Nur noch der Bauch ist angespannt. Zieh hoch. Und hoch. Komm. Endspurt. Mach weiter. Hör nicht auf. Gib mir acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Die allerletzte. Für. Für heute. Komm. Halt ihn oben. Ganz kleine. Ganz kleine. Okay. Es tut mir leid. Es ist vorbei. Komm jetzt machen wir es uns kuschelig. So. Meine Lieben. Die Entspannung gehört dazu. Ihr habt es geschafft. Legt euch hin. Steck dich aus. Versuch dich lang zu machen. Wenn du möchtest, nimm deine Arme nach innen. Füße auseinander. Füße nach außen. Öffne dein Becken, deine Hüfte. Lass die Schultern entspannt. Öffne leicht deinen Mund. Kiefermuskulatur. Total lunger. Augen zu. Mund auf. Okay. Ihr habt es geschafft. Schon wieder vorbei. Es ist nicht alle da. Ich komme wieder. Keine Frage. Ihr müsst nicht traurig sein. Ich schon. Baba. Hast du zugeschaut? Ich schon. Ist alles los? Und jetzt spür mal so ein bisschen nach. Hast du heut am 8. Dezember genug drin? Hast du alles gegeben? Dann spürst du jetzt was. So eine leichte Erschöpfung. Tritt ein. Mach mal so einen kleinen Bodyscan wieder. Wie fühlt sich dein Körper an? Anders wie vor der Stunde. Anders wie vor der Stunde. Anders wie heute Morgen. Und mit jeder Ausatmen nimmst du die ganze Anstrengung. Das ist wirklich auch mal wichtig. Ich meine es ehrlich. Einfach mal loslassen. Und dann schiebst du wieder deine Fersen zum Gesäß. Das ist so eine angenehme Stellung. Bring die Fußsohlen zueinander. Und drück mal deine Knie nach außen. Wenn du möchtest, leg deine Arme auf dein Bauch. Schulter locker. Gesicht. Knie raus drücken. Halte. Und dann leg deine Arme so ein bisschen seitlich aus. Stell deine Füße an. Die Knie schau nach oben. Und dann beweg mal deine Knie einfach. Ganz entspannt. Von rechts nach links. Von vorne nach hinten. Von hinten nach vorne. Ohne Anspannung. Und dann lass beide Knie zu mir fallen. Leg den Gegenarm seitlich aus. Wenn du Platz hast, darfst du dein oberes Bein nach vorne wegstehen. Und die Gegenschulter noch tiefer drücken. Stell mir die Fußspitze an. Spür noch mehr Dehnung in deiner Brustmuskulatur. Mach dein Bein lang. Oder du lässt es hin. Keine Ahnung. Wo du jetzt bist. Mit deinem Fuß. Und dann nimmst du deinen Fuß zurück. Dann drehst du dich zu mir. Und komm mal mit dem Quatschen. Nimm mal deine Hand. Greif deinen Fuß. Ausspann. Schieb dein Knie nach hinten. Und dein Becken nach vorne. Oberschenkel vor der Seite. Haben wir ja auch ein bisschen gemacht. Schade ich sie euch nicht. Weil spätestens jetzt erkenne ich euch den Zustand. Lass los. Und jetzt nimm beide Knie nach hinten. Der Gegenarm ist vorne. Wenn du willst, steck dein Bein aus. Drück die Gegenschulter noch mit. Und jetzt nimm dein Bein zurück. Und dann drehst du dich nach hinten. Du siehst mich jetzt nicht. Nimm deinen Fuß. Dein Fuß. Entspann. Und je nachdem wo du hinkommst. Lass die Schulter entspannen. Leg deinen Kopf ab. Drück dein Knie nach hinten. Ein Becken nach vorne. Schau mal, dass du immer noch so eine schöne Dehnung hast. Wenn sie nachlässt, geh wieder in die Dehnung hinein. Und dann lass bitte langsam los. Langsam. Komm in die Mitte zurück. Du darfst wieder deine Beine ranholen. Leg deine Oberschenkel am Brustkopf ab. Lass die Schulter lockern. Wichtiges Kreis. Die Füße mit dir. Mobilisier deine Fußgelenke. Spreiz deine Zehen. Deine Schuhe. Oder was du immer willst. Und nix. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr habt euch schick gemacht. Wenn ihr nur am Schlafen gezuckt habt. Oder was? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, ihr habt euch schick gemacht. Wenn ihr nur am Schlafen gezuckt habt. Könnt ihr mir mal Foto schicken? Ne, ich helfe doch nicht. Ja, ja. Ja. Bitter Amy. Du stehst schon wieder auf. Musst schon wieder etwas anderes machen. Ja. Keine Zeit für Dehnung. Aber wir sehen uns alle wieder hier. Dann lache ich. Schaut. Ich komme hin. Was ist los? Ja, ich höre schon gleich auf. Komm nach oben. Schaut mal her, kommt mal in die Grätsche. So ins V. Oberkörpers aufrecht. Und jetzt nimm mal bitte deinen hinteren Arm zum hinteren Fuß. Und deinen vorderen Arm. Ziehst du diagonal zur Decke nach oben. Lässt deine Schulter so ein bisschen nach vorne. Fallen damit du so eine Dehnung hast im Schluch. Alice, es ist hier so ein bisschen. Zieh dich raus. Komm nach vorne. Und komm in die Mitte. Komm nach oben. Andere Seite. Jetzt muss man sich die Weg schicken. Zieh dich raus. Schulterblätter. Und jetzt lass dein Schulterblatt so ein bisschen nach vorne fallen, damit du so eine Dehnung aufbaust. Zieh deinen Arm diagonal zur Decke. Zu mir. Oder halt in die Richtung. Komm nach vorne. Komm zurück. Füße nimmst du mit. Füße nimmst du ran. Füße drehst du. Komm in den Füßen. Mach den Rücken ganz rund. Ganz runde Schulterblätter auseinander. Kopf loslassen. Kinn loslassen. Und locker lassen. Komm in den Faust. Dann schieb die Füße nach unten. Ganz ehrlich, ich würde schimpfen, wenn ich die Dehnung nicht brauche. Okay, zwar zu. Jetzt läufst du mit deinen Füßen zu deinen Händen. Wir machen heute mal Abwechsel. Gestreckt. Lauf mal nach vorne. So, und. Lasst bitte die Hände am Boden. Und dann komm langsam hoch. Stell deine Zunge. Schuhe nach hinten. Reißt die Schuhe nach oben. Und auch fast ein Punkt. Gleich hätte ich gesagt, oder? So, jetzt atmen wir schon rein. Und aus. Eure Luft. Ah, der arbeitet. Und aus. Letztes Mal. Schließ deine Füße so richtig schön. Sag schon Dankeschön. Vielen Dank, ihr seid mir gemacht. Ihr wart. Spitzel. Okay, super. Wollt ihr noch kurz da bleiben? Dann schnapp ich mir ein Handy und schreibe mit euch. Oder so. Ihr könnt ja mal schreiben, wie es war. Wie die Musik war. Wie die Stimme war. Wie die Assistenten waren. Wie die Füße. Okay. Habt ihr alle ins Wann ja wieder viele dabei, ne? Der Franz auch. Och Gott. Ich bin ja weg, später. Mach aber die Entspannung gar nicht mehr. Das ist kein Thema, Franz. Heute kannst du gar nicht mit deinem Fahrrad heimfahren, ne? Okay. Hat die Musik gepasst? Und die Lautstärke? Och Petra, für dich jetzt online lassen. Oder diese peinliche Vorstellung. Ihr müsst Brio setzen das nächste Mal. Wo wart ihr denn überall? Hallo Felix, kochierst deine Schwester. Das ist süß. Okay, schreibt mal noch, ob die Musikung so gepasst hat und die Stimme. Das wäre jetzt voll schön. Bevor ihr nach Hause geht. Okay. Oliver Beißen. Das ist süß. Yeah. Okay. Das ist süß. Aber schreibt bitte. Okay. Hat alles gepasst, oder? Und danke für die vielen Kommentare. Das ist echt voll. Ihr nehmt euch der Echtzeit, ne? Okay. Wir spielen sieben und spätestens nächste Woche. 18.30. YouTube. Sie die aktiv erlangen. Live-Training. Stimme zu leise. Sagt der Panel. Ja. Hört ihr gut? Hört ihr gut? Hört ihr jetzt, ne? Hört ihr gut? Okay. Monika war wieder gut? Okay. Ja, es ist schwierig, ne? Mit Stimme, Musik. Susanne, alles gepasst? Super. Okay. Perfekt. Wir wünschen euch einen ganz schönen Abend. Schlaft gut, träumt was Schönes. Liebe Grüße aus dem City Aktiv von Felix, Felix, Alicia und Tanja. Ciao. Okay.